Noch viel mehr Beispiele. Ich war letzte Woche in Stuttgart, in der Innenstadt, am Bahnhof. Eine Katastrophe, ein einziges Chaos. Die Stadt versinkt im Baustellenterror. Da sind Zerstörungen, Bohrungen im Gange, die von Irrsinnigen eingeleitet wurden. Ohne Rücksicht, ohne Weitsicht, ohne Einsicht wird da eine Stadt zerlegt, durchbohrt und zerstückelt. Und sieh, die Stadt läuft offenen Auges in eine Röhre, in ein unvorstellbares Chaos. Stuttgart 21 ist die organisierte, die geplante Vernichtung einer Stadt. Unter dem Vorwort, den Anschluss nicht zu verpassen, hat sich Stuttgart aus der Gegenwart verabschiedet. Stuttgart wird auf Jahre hingelähmt sein. Dieser schwäbische Organismus, dieses Wunderwerk der Technik, diese unfassbare Verdichtung von Ingenieurskunst und Einfallsrunde. Von Kultur, von Neugier hat sich selbst überlistet. Sich selbst unter die Erde gelegt mit einem Beschluss, einer Abstimmung, deren Folgen für die Menschen jetzt erst langsam fassbar werden. 15 bis 20 Jahre werden die Bauarbeiten dauern. Und am Ende werden ein paar Quadratmeter Gleise mit schrägen Bürotürmen zugepflastert sein. Werden ein paar große Firmen ihrer Mitarbeiter im Kessel untergebracht haben. Und das Allerschlimmste, alle, die sich das in den Kopf gesetzt haben, werden Greise sein. Werden im Seniorenheim sitzen oder auf dem Friedhof liegen. Ein Großteil der Bevölkerung wird nichts, aber auch gar nichts mehr haben von den infrastrukturellen Quantensprüngen. Und ein paar wenige, vielleicht noch Ungeborene, werden da unten einsteigen in einen Zug und sagen, wow, das geht aber schnell nach Ulm. Und was bitte? Was bitte? Nichts gegen Ulm. Was will ich denn in Ulm? Ich will doch ein bisschen leben. Ein bisschen durch die Stadt bummeln. Ich bin kein Stuttgarter, aber mir tut das sehr leid für alle, die da geboren sind und für alle, die da leben. Mir tut es leid, dass sie vor der Wahl stehen, entweder in eine andere Stadt auszuwandern für 20 Jahre oder in einer Baugrube zu leben. Liebe Hörer, ich lege mich jetzt mal fest, weil wir gerade über Pessimismus gesprochen haben. In Stuttgart erleben wir die Orientierungslosigkeit, den Wahnsinn einer Epoche, die überhaupt nicht mehr weiß, was den Sinn des Lebens ausmacht. Hier wurde über die Vernunft wieder besseres Wissen, und clever sind die Schwaben, da lasse ich überhaupt keinen Zweifel aufkommen, wurde da von offensichtlich Verantwortungslosen ein Projekt entwickelt, das nicht nur Geld kosten wird, das nicht nur mehr Geld kosten wird, das nicht nur abartig viel mehr Geld kosten wird am Ende, sondern es ist ein Projekt, das von Anfang an rücksichtslos gegenüber denjenigen geplant wurde, die man als Bürger von Stuttgart bezeichnet. Hier ist ein Stück Demokratie gescheitert, eine unglaubliche Anmaßung der großen Parteien, dieses Projekt durchzupeitschen. Eine Unverschämtheit ist auf dem Rücken der Bevölkerung auszutragen. Ich will jetzt nicht die ganzen Wunden nochmal aufreißen, aber die Hilflosigkeit, die Ahnungslosigkeit, mit der das Wahlvolk durch solche Entwicklungen geführt wird, in unserer angeblich so modernen Demokratie, die Ahnungslosigkeit ist fast noch größer als die Maßlosigkeit derjenigen, die sich davon einen Gewinn versprechen. Gut, tut mir leid, ist eigentlich kein Frühlingsthema. Ist was für den Herbst. Also was ich eigentlich sagen wollte, Stuttgart ist eine tolle Stadt, eine traditionsreiche, kultivierte, interessante Stadt. Besuchen Sie Stuttgart, solange es noch geht. Stuttgart